Was manchmal ein Segen, manchmal ein Fluch ist, ist die Ausrichten-Funktion in Photoshop. Gerade wenn du zwei Elemente relativ nah beieinander verschieben möchtest, das kannst du ganz leicht deaktivieren. Und zwar, wenn du einfach auf Ansicht gehst, dann hast du hier die Ausrichten-Funktion. Du kannst auch mit Ausrichten ansagen, woran denn eigentlich das Objekt, das du verschieben möchtest, ausgerichtet werden soll. Was ist das jetzt genau? Wenn ich jetzt beispielsweise einmal ein Objekt mir erstelle, dann kann ich das ja verschieben. Und du siehst anhand dieser magentafarbenen Linien, das sind die sogenannten intelligenten Hilfslinien, dass das Objekt überall irgendwie mal so ein bisschen einrastet, ob es jetzt in der Mitte des Bildes ist oder an den Dokumenten rendern. Oder ganz spannend, wenn ich ein zweites Objekt erstelle. Machen wir auch mal ganz kurz. Und ich möchte das zweite Objekt jetzt so ansatzweise neben das erste schieben. Dann passiert irgendwann folgendes, dass, ja, du siehst, es rastet irgendwann an das linke Objekt an, weil Photoshop denkt, dass wir das direkt an das Objekt ran platzieren möchten. So, ich habe aber keine Möglichkeit, irgendwie genau hier zwischenzukommen. Dazu müsste ich jetzt ganz weit reinzoomen und könnte jetzt wirklich punktgenau das Objekt da ran schieben. Aber umso weiter weg ich bin, umso größer sind die Sprünge, ja, zwischen den einzelnen Objekten, wo sie dann halt quasi zusammengefügt werden. Und das können wir ausstellen, indem wir einfach auf Ansicht gehen, ausrichten, deaktivieren. Und jetzt können wir das Ganze so verschieben, wie wir wollen, ohne dass es irgendwie an das Objekt ran springt. Wir haben zwar immer noch unsere intelligenten Hilfslinien, die uns angezeigt werden, aber das Ganze fliegt trotzdem hier frei herum und wir können das astrein verschieben, wie wir das brauchen. Wir haben jetzt noch einen Blick auf die Aufmerksamkeit.